hallo meine lieben es ist wieder so weit der mode zirkus die berliner fashion league wirbelt durch berlin und ich werde euch heute mitnehmen zu der show von rebecca rütz ich werde es natürlich dieses jahr so ein bisschen ruhiger angehen lassen weil jetzt mit der baby kugel ich passt auch nicht mehr in die ganzen sachen rein und irgendwie ist es sonst auch ein bisschen zu anstrengend aber eine show werde ich mir gönnen und jetzt bin ich hier gerade beim friseur kokos in berlin und werde von abja black den tollen hair stylist und visagist fertig gemacht da ist er der schnieke mann so Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.